Findet sie sich nun sexy? Na klar. Ich bin zufrieden so, als Sportler hat man halt auch nicht so viel Fett jetzt, dafür aber mehr Muskeln. Wenn ich irgendwann die Muskeln so nicht mehr habe und auch nicht dafür mehr Fett kriege, bin ich zufrieden. Sehr schöne Sachen hier. Denn die Sache ist doch die, die Vermarktung des perfekten Körpers bessert einfach den Inhalt des Sparstriefes auf. 120 Kameras decken auch jede noch so versteckte Eitelkeit auf. Und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Den würde ich nehmen. Den häuslichen Typ zum Beispiel. Die Saison war bisher wird wachsen, wie der Florian Schwartow gezeigt hat. Nicht so wie in früheren Jahren, also auch in blendenden Zeiten in die Saison einstieg. Aber in diesem Jahr, sagt er, bin ich genau am Punkt X Topfit. Und im Vorlauf sah das eigentlich recht gut aus bei Florian Schwartow. Nach einem vorsichtigen Start, was heute hoffentlich besser wird. Aber hürdentechnisch und von der Geschwindigkeit zwischen den Hürden glaube ich, dass man ihn stark einschätzen kann. Da haben wir den Italiener Devis Favaro auf der Innenbahn. Die Regulierung. Vier Erste kommen ins Finale. Das ja heute am späteren Nachmittag ausgetragen wird. Also es gilt unter die ersten vier zu kommen. Favaro, die Italiener. Das ist aktuell sehr schön. Vielen Dank.